Hallo zusammen, wir sind die Chemielorienter und machen die Lehre bei der Dotyken. Das ist Lisa, ich bin Fabio. Und wir zeigen euch unseren Arbeitsalltag. Kommen doch gleich mit. Ich bin hierher gekommen mit einem schwulischen Vorwissen von Chemie. Also eigentlich fast nichts. Und das Wissen steigt dann wirklich an. Und man lernt auch die ganzen Geräte kennen, wie man etwas herstellt. Auch in der Schule, sehr viel Theorie. Anorganische Chemie, organische Chemie. Wir bekommen hier bei der Dotyken eine sehr gute Grundausbildung. Im Bereich Analytik und Synthese. Und gehen dementsprechend guten Mutters auf die Lehrabschlussprüfung zu. Und fühlen mich hier hingegen auch sehr gut vorbereitet. Also wir Lehrlinge verstehen das super untereinander. Was ich auch super finde, ist zum Beispiel der Lehrlingsausflug. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel im Europapark. Also ich finde es recht spannend, in einem grossen Betrieb zu arbeiten. Man lernt sehr viele verschiedene Leute kennen. Und auch verschiedene Arbeitstechniken. Was auch sehr cool ist. Wenn ich Hilfe brauche im Labor, dann gehe ich Praxisbildner freuen. Die dann eigentlich auch gerade helfen. Und bei Schulfragen gehe ich auch zu Praxisbildnern neben dem Stützkurs. Nach der Lehre kann man die höhere Fachprüfung machen. Wo man dann eigentlich auch dazu ambitioniert ist, ein Laborleiter zu werden. Und man kann auch den Praxisbildner Kurs machen. Oder auch den Berufsbildner. Und wenn man die Berufsbegleitung und die Berufsmatur macht, kann man dann auch die Uni studieren. Und nach der Lehre kann man sich auch im Betrieb weiterentwickeln. Hast du einen Tag mit uns cool gefunden? Dann bewirb dich jetzt! ... ... Vielen Dank.